Dieses zu erwerbende Acht-Zimmer-Ein-Familienhaus liegt in Vellbert. Das im Jahr 1937 erbaute Haus wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 520 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern. Das Haus hat einen Kaufpreis von 119.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.